Na, mon, ta, na, na, ich wollte, ich wäre der Hacke, wer ich bin, danke, Mutter, sag ich dir. Tja, liebe Musikfreunde, danke möchte auch ich Ihnen sagen, und zwar für die letzten wundervollen 30 Jahre, die Sie mir geschenkt haben. Nun möchte ich Sie einmal verwöhnen und lade Sie dazu ganz herzlich am 19. September um 19.30 Uhr nach Mattersburg in die Marzer Meidelhalle zu meiner Jubiläumsshow 30 Jahre Cordell Sassab und seine Freunde an. Viele musikalische Leckerbissen sind Ihnen sicher. Lassen Sie sich von Liedern, die man nie vergisst, verzaubern. Wie zum Beispiel Topstar Tony Christie, That sweet Marie who waits for me, show me the way to Amarillo, Barta Illich, Lass mich nie mehr allein, Mikaela, Edelseher, Horst Mehler, Petra Frey, die Gruppe Nordwand, die Sülm-Dalladierendl mit ihren Herrn Karel, Muppenstrunz und Barmschabel, Western Cowboys und viele, viele andere. Karten gibt es in allen reifeißen Banken, Trafiken oder im Internet unter kurthelderser.at. Also, schauen Sie vorbei am 19. September nach Mattersburg in die Marzer Meidelhalle. Ich würde mich riesig freuen. Karten vom Land. Karten vom Land.